Okay. So, jetzt versuchen wir den Atem zu ertasten und zu erspüren. Und dazu legen wir eine Hand auf den Bauch, andere hinten auf den Rücken. Geht wieder ein bisschen in den Knie. Und wir versuchen wieder durch die Nase einzuatmen und durch den Mund auszuatmen. Und los. So, jetzt versuch ich als nächstes mal bewusst in den Bauch einzuatmen. Alle zusammen. Dazu sollte sich der Bauch nach vorne wölben, weil sich jetzt erst die Lungen von unten füllen und dann der Brust vor. Versuch das mal. So, jetzt versuch ich.